Oh, da bin ich wieder. Hallo übrigens, ich weiß gar nicht, könnt ihr mich sehen? Ich hab hier so dunkel jetzt hier alles gerade. So, können wir es nicht machen. Ähm, gut, ähm, dann suchen wir gleich eine Aufnahmepause. Das ist gleich das hier, der letzte Aufnahmepause. Mal schauen, wie ich auch ne, da kommt noch ein paar Aufnahmepause. Na, das ist immer kompliziert. Ähm, ja, Tempti, Pede, oder wie schon viele Kanäle, wie man das ausspricht. Ähm, ja, wir stürzen uns gleich ins Spiel rein. Das Spiel, ich konnte, ähm, ich bin die Grafik immer so durchgegangen, da sind ja so Bilder in der Galerie gespeichert. Ich meine, dass da irgendwas mit 81 stimmt. Keine Ahnung. Ja, wenn ihr das besser wisst, ihr dürft das in die Kommentare hinterlassen. So, ich starte einfach mal das Spiel. Spiele, Spiele, Spiele. Wir starten einfach mal. Okay. Steht hier, 80, 1980, alles klar. Siehst du, da ist die Frage ja üblich, ne? Alles klar, 81, ich kann euch die Kommentare sparen. Gut, dann starten wir jetzt als Spieler. Oh, ich gebe mir noch nicht, ich gebe mir noch mal. Oh, nein, 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 gut, das ist klar. Darf ich dagegen schoßen? Vielleicht. Ich habe mir diese Wurm jetzt zerstört, ne? Nein, nein. Geht's doch damit besser. Nein, das geht besser. Das ist ein bisschen wie, ähm... Das ist ein bisschen wie, ähm... Das ist ein bisschen wie, ähm... Das ist ein bisschen wie ein Reimler, ne? Aber die kriege ich nicht. Okay. Von, ähm, von wem in den Meer? Also, äh, von den, die... Oh, die Spinne. Ich bin so weg. Run. Oh, ich bin hier schwer. Oh, ich bin hier bescheid. Ich bin hier bescheid. Zu spinnen. Ich bin hier, diese Schrift haben wir neue. Ich bin hier nicht. Oh. Habe ich noch ein Leben? Nein, das war's. Spielende, kann ich meinen Namen nicht schreiben, nein. Alles klar, eine Kurzvisum. Alles klar, das ist hier ein bisschen Kakerlaken-Töten oder sowas. Das sind jetzt 1.000-Füßler, die man da zerlegt. Irgendwie eine Alien-Schlange, keine Ahnung. Ja, das war's schon. Wir haben es nun mal nicht im Ranking geschafft mit 7.800 Punkten. Das reicht einfach nicht. Das ist schlecht. Alles klar, ich bin dann mal weg. Ciao.